jo leute tag monat drei eine weitere figur das nicht gehen wir los so gucken wir mal was drin ist in der tüte eine weitere figur die wir noch nicht haben hier in der tüte haben wir ein raumschiff figürchen mit einem baby ich weiß wie viel kamera qualität ist anders ich habe mir gerade ein anderes handy aber ich merke es ich sollte mein anderes handy wieder nehmen gut dann haben wir mal den guten herrn hier zusammen das gibt es noch interessant statt das gibt es nicht mehr das sind irgendwie alte figuren und leute guckt euch das mal das gibt es da auch nicht mehr so einen alten kopf oder habe ich irgendwie vergessen ich weiß es nicht wenn gibt es denn auch noch dann haben wir natürlich unseren telefon so also das ist die figürchen mit seinem baby das war monat drei bis in monat hier bis jetzt haben wir glück und wir haben kein doppelten bis dahin